Hallo und Servus zusammen, ich darf euch aber mal begrüßen hier auf der Eurobike am RaceFace-Stand. Mein Name ist Florian Cognescu, Teamfahrer von RaceFace und auch Pressesprecher. Ja, was gibt es Neues? Ihr habt ja Anfang des Jahres mit Sicherheit schon mitbekommen, wir haben die Next-Serie nochmal ein bisschen erweitert mit der Next-Air-Serie, sprich Next-Rally-Serie. Das bedeutet, ihr habt eine Carbon-Version, was leichter als unsere Six-Komponenten sind, etwas schwerer, aber dafür auch stabiler als unsere Next-SL-Cross-Country-Produkte. Der Vorteil dazu, wir haben das Ganze extra für euch für den Enduro, für den Gravity-Bereich eingesetzt, wenn ihr sagen wollt, ihr möchtet eben leichtes Zeug haben, leichte Parts dran haben, die die Performance noch größer und noch besser für euch rausbringen. Dazu passen, wie wir es hier auf dem Bild sehen, eben die Next-Air-Kurbel für Cinch-Aufnahme von 26 Kettenblättern bis hin zu 44 Zähne, alles mit der Cinch-Systemaufnahme möglich. Des Weiteren haben wir einen neuen Lenker, konzipiert, ein Next-Air, eben Next-Rally-Lenker, bedeutet, wir haben den gleichen Shape wie der bislang Next-Lenker, allerdings nicht mehr 760 breit, sondern 800 mm breit, mit knapp 200 Gramm, 210 Gramm genau, haben wir einen, denke ich mal, sehr, sehr guten und sehr, sehr leichten Kompromiss geschafft, auch im Enduro-Bereich sehr, sehr weit vorne uns zu platzieren und dementsprechend euch auf dem nächsten Trail noch mehr Spaß mitzubringen. Vielen Dank.